Wir können uns jetzt nach Bord holen! Hallo? Reicht sich den Kunden bis zum Abschluss der Abholung! Alter, der Siveros gar nicht abgegeben wird! Wieso nicht? Ja, vielleicht hat er was Gutes! Oh, da hängen doch vier Teile dran! Ja eben, aber ehrlich? Ja, vielleicht hat er schon wieder was weiß! Das ist ein Lilo-Lotage! Bäh! Shit! Shit! Wirkung 534.000! Oh, Fettdachwand! Wo kommt der? Juuuuh! Wir haben die Video besprochen, die Geld ist, oder nicht? Das ist gut gekommen! Äh... Ich glaube aber ohne Namen, Typ! Oh, nirggeil, was Fettzeugen! Ich würde sagen, geh mal weiter! Hier hinter zum Wahrzeichen ist sogar noch aktiv! Null! Null! Ich kann leider nicht mehr! Ja! Ihr hättest doch die ganze dem Hintergrund! Ich hab Hunger! Ich hab Hunger! Ich hab Hunger! Ja! Ja! Jetzt hab ich Angst! Alter, nochmal 1 auf Abzöning, würde ich sagen! Verarscht kann ich nicht sagen! Danke, Loh! Danke, Loh! Äh, ich geh zu DC-Eingang! DC-Eingang! Oh, oh! Ja! Ich kann nicht zum Überleben sein! Ja! Komm, hier! Danke! Oder was? Ja! 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 zig und 33 Meter sind hier! Ich bin jetzt nicht besser! Oh, hör auf! Dann hast du den Medi-Pack genommen! Nein! Auf! O! Wie die Füße sind so wenig kalt! Ne, das war schon mal der Medi-Pack! aber niedriger gesundheit ich bin falsch gelaufen ich bin falsch gelaufen hier komme ich nicht raus nein vielleicht komme ich hier nach rechts da komme ich aber raus und hepp nein ihr seid nicht im vorteil oh oh viel bedrungen geht weg von mir ich geh auch schon Prozent ja heik ich bin mir und an die Kassel und einig von mir nicht aus n gesundheit und da sieht man wie gut ich mich in der Darts und auskennen und so und weil ich habe ein Ding erkennt man nicht rauskommt wo soll ich noch rein? that's the fault der geht da gerade aus der geht da in das andere weg mal in das Sportgeschäft ich bin in Sportgeschäft ich bin in Sportgeschäft lupen, lupen, das reinige Adidas hau, hau, hau du kannst denn das? ah, du wirst nicht die ah, du wirst nicht die, Kollege ich bin noch ein Bagger auf, oder? ok, voll so, aber also, wo muss ich denn hin? ok, hier dann äh, was? warum wird die Straßen... ist die Straßenstelle nicht angezeigt? komisch oh, oh nein, mach mich nicht fertig lass mich! ah! oh, oh äh wie lang wollt ihr eigentlich noch zocken? ein bisschen noch ein bisschen noch und nach dem mach ich ja auch immer noch normale zockt ihr heute Abend nochmal? ne, das ist auch nicht zugegangen hm ich werde vielleicht ganz spät am Abend nochmal zocken ja, keine Ahnung jo, das werden wir dann sehen ich werde jetzt noch ein bisschen zocken und dann ich forsch bitte noch irgendwie verlasse warte, sie verlassen die Dark Zone mal kurze Ausbeute checken was gibt es denn schönes? eine Pistole was ist das? eine M4 wer spielt mit dem Sturmgewehr? keiner von euch, gell? 204 nee, nee, nee Lebenspunkte hübsch so, also dann versiegelter Behälter lila die M1 Serie 1 auf 165 nicht übel nochmal lila die Spinnenseidenholstern 165 Gold komm noch kurz hier in der Abgabe eine RPK Classic 282 und der grüne Maske des Stürmers auf 240 jetzt ein Volltreffer das ist doch was schönes das ist doch was schönes das ist doch was schönes ich brauche auch mal das ich krieg nur Scheiße anbauen und irgendwas grünes ich mach kacke nein, es geht auf Technik WTF 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 kacke kacke wo ist hier der Abgabe-Ort Kamera abgabe-Ort was haben wir denn hier in Brandwiederstand Punkte geradeaus einfach nur aber gut 20.000 Fertigkeit Stärke ist auch wieder schön muss ich sagen Ah, 640 500 das habe ich beim letzten mehr geändert vielleicht lasse ich das so dann machen wir den raus so und da passt noch ein Mod Platz rein hier ich muss jetzt ja auch mal was g'scheites geklappt bekommen wieso krieg ich nur Scheiße wenn ich nicht brauche und so wird ehrlich es kaum geschätzt nicht jetzt krumm schwitz nicht jetzt schwitz nicht das ist doch alles eine Rotz das ist keine Rotz das ist immer das Geistes doch und das ist nur 15 Minuten sondern ich habe 200 Millionen und nichts habe ich 200 Millionen ich habe 200 Millionen ja wie viel Fertigkeit Stärke hast du? nein ich habe hier 20 ich habe jetzt 20.000 aber ich will auf Leben gehen hier plus Lebenspunkte ja so 143.000 erleben 20.000 so wie es der Abgabeort deine fast irgendwas oder? irgendwas cooles mir auch schon mir auch schon mir shit mir shit hier aber da brauche ich noch Impulsgeber kritische Trefferchance Bonus all der hält deine ACR auf 204 was kann die? ich habe auch eine ACR glaube ich aber immer noch keine gescheitze Fertigkeit besser die Waffe von 13% Kopfeschaden 24% erhöht die Waffe hat sich schneller maximale Präzision wenn sie geschultert ist aber ich muss die mal ausprobieren und 53.000 die M1 die PR45 wäre guter gewesen Marke nun meine alte und nochmal eine Kakaria Waffe ein bisschen aufräumen möchte irgendjemand die SOCOM SKL haben die hat für ein Sturmgewehr ein Sturmgewehr aber die hat fast 10.000 Schaden Umfangschaden und was hat sie für Perks drauf? äh Räuberisch Gesundheit äh kritische Trefferchance wird um 8,5% erhöht und bei Tödlich das was immer erbittert und das was immer an ist ist das Eliminieren eines Ziels reduziert die Cooldowns seit der Fertigkeit um 9% ach danke wenn du sie nicht willst nehme ich sie schon nö 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 ok dann wird sie zerschrotet obwohl ich lass sie mir nein nimm sie gib sie mir her wieso ist das ein dickes Gerät oder was oder ein Sniper oder was ist das ein Sturmgewehr ja lass das wir mal ist das auf 204 natürlich ich lass es auch mal nein warte 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 ich weiß was du vorst ich behalte selbst danke für den Tipp was habe ich vor für den räuberischen Dings falls ich den mal rein mache ich habe auch kein Sturmgewehr drinne ja 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 was habe ich hier drin Code was habe ich hier Code Handschuh des Stürmers 191 lass ich mal damit ich verschieden umstellen kann da sollten sie sich ansehen na na und du Dennis wirst du schon noch wachsam bleiben oder was na ich geh dann glaube ich raus ich hab bock auf irgendwie eine normale Mission tausend für den gefährden sie die auf 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 M45 Wie sieht der uns aus? Das ist die M45 Die M45 Die M45 So, komm M45 Ich will mir den da drüben noch klappen und dann rausbogen Okay, schon besser Jetzt muss der noch was grünes fallen Das ist auf jeden Fall besser Wie die Magnum Richtig der Pistole kann ich besser umgehen Die Magnum ist kacke hoch 10 So Du bist kacke hoch 10 Sei doch mal ein bisschen freundlich, ja? Ähm 2,15 Da ist schon Hm Elektronik, Leben, Leben Schaden, 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 Schaden Eigentlich will ich das so machen Schaden Okay Also dann Leute Vielleicht bis später, ja? Hauts rein Chausens